Nummer 5. Corsair Dominator Platinum RGB ist zweifellos die beste Wahl für alle, die einen leistungsstarken RAM-Speicher zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit zwei Speicherbänken von je 8 GB und einer Frequenz von 3600 MHz ist dieser RAM-Speicher ideal, um den Speicher eines Computers zu erweitern oder veraltete Bänke zu ersetzen. Aber das ist noch nicht alles, es gibt auch ein 128 GB Kit mit einer Frequenz von bis zu 4600 MHz, perfekt für alle, die eine außergewöhnliche Speicherkapazität benötigen. Der Corsair Dominator Platinum RGB eignet sich nicht nur für erfahrene Gamer, sondern ist ein vielseitiges Produkt, das sich auch perfekt für Multitasking und den professionellen Einsatz eignet. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4. In der riesigen Welt der RAM-Module sticht das Team Group T-Force Nighthawk RGB aufgrund seiner Kompatibilität und der unglaublichen Aura-Sync-Lichtsteuerung von Asus hervor. Für diejenigen, die ihre neuen RAMs besser in ein bereits bewährtes System integrieren möchten, ist dieses Modul die perfekte Wahl. Dank der Software-Updates von Asus sind die RGB-Synchronisation und die LED-Steuerung stets funktionsfähig und leicht anzupassen. Eine der Eigenschaften, die wir an diesen RAMs lieben, ist ihr aggressives und originelles Design, das unter Enthusiasten sehr beliebt ist. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Der G-Skill Trident ZRGB ist die ideale Lösung für alle, die einen hochwertigen RAM für ihr Intel-System suchen. Die visuelle Wirkung ist einfach atemberaubend, dank der Vollrange RGB-Technologie, die eine LED-Leiste über die gesamte Länge bietet. Der Welleneffekt und die Möglichkeit, den RAM mit anderen Peripheriegeräten zu synchronisieren, sorgen für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, das über die G-Skill-Software individuell angepasst werden kann. Die brillanten und intensiven Farben sind wirklich atemberaubend, während die Gesamtästhetik und die robuste Konstruktion mit einem Kühlkörper aus gebürstetem Stahl die hohe Qualität dieses RAMs nur bestätigen. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Der Crucial Ballistics Testbericht zeigt uns ein Produkt, das sich als ideale Wahl für diejenigen erweist, die die Leistung ihres Computers verbessern wollen, sei es für Spiele oder den täglichen Gebrauch. Die volle Kompatibilität mit AMD Risen ist definitiv ein starker Punkt, der sicherstellt, dass der RAM optimal auf der Plattform funktioniert. Die 3200 MHz Module sind in der Lage, auch die höchsten Leistungsstandards zu erfüllen, aber für diejenigen, die ein höheres Niveau suchen, gibt es eine 3600 MHz Version. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1. Die XPG Spectrix D80 ist mit ihrem auffälligen Design und ihren innovativen Funktionen eine ausgezeichnete Wahl für Garming-Enthusiasten, die ein High-End-Garming-Erlebnis wünschen. Diese RAMs sind die perfekte Verbindung von Form und Funktion und bieten einen jugendlichen und aggressiven Stil, der ins Auge sticht. Eines der auffälligsten Merkmale dieses RAMs ist seine RGB-Beleuchtung, die sich an der Oberseite befindet und zwei wichtige Funktionen erfüllt. Die obere Leiste sorgt nicht nur für eine atemberaubende Ästhetik, sondern enthält auch ein Kühlmittel, das dazu beiträgt, die Temperatur der Module auch bei intensiven Garming-Sessions unter Kontrolle zu halten. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt.